Ja, da hinten müssen wir hin, aber ich habe hier gerade noch was entdeckt, eine Höhle, also jedenfalls sieht es von hier aus so aus, es sieht von hier aus so aus, naja Höhle ist es nicht, aber zumindest ein kleiner Loot ist hier zu finden, in dem, hallo, wie ich sie nochmal, ähm, scheiße, neue Aufnahmesession, die andere waren recht kurz, die ich, äh, okay, das, ähm, also die Pflanze hier sieht aus wie, über the forest, oder, wo man diese Sticky sammeln kann, ah, huch, jetzt habe ich den Kolibris gerade die Pflanze geklaut, mja, oder die Blüte vielmehr, ja, ja und damit ein hallo und herzlich willkommen hier zurück, bei Far Cry New, Dorn, genau, wir hatten ja in der letzten Folge noch, glaube ich, da oben an der Werkbank unsere erste Mumpelpuste bauen können, oh, da oben ist auch noch, oh, da war ich ja noch gar nicht, da muss ich mal hoch, ähm, genau, unseren, ähm, Raketenwerfer wollte ich gerade sagen, totaler Quatsch natürlich, äh, na, hier ist das Ding, Sägeblattwerfer, ist das so? Ja, Sägeblattwerfer, Version 0.0, oder so, wie komme ich denn da hoch, warte mal, äh, da oben ist was, da komme ich doch bestimmt nur hoch, wenn ich hier springe, oder? Ja, jawoll, jup, upsala, haha, nehmen, juhu, Klebeband und, äh, und, äh, Werkzeug, Quatschwerkzeug, naja, wie, äh, komm ich da jetzt hin, da komme ich da, äh, vielleicht komme ich auch hier rum, hier rum, komm ich auch hier rum, jup, natürlich komme ich auch so rum, Ach, das ist schön, erste Hilfe ist voll, hm, da können wir wieder so wenig, leider nur mitnehmen, das ist, äh, weniger schön, hier ist noch eine Kiste, aber die kann ich nicht öffnen, aber hier liegt noch was, Pistolenmunition, wunderbar, wie ist die nochmal, ich hab den Namen vergessen, ich hab den Namen vergessen, war ja, peinlich, aber es, äh, Faye, wa, war das nicht Faye, Faye? Oh, da täusche ich mich da, die ist doch jetzt hier mit mir bei, wie ist denn das, wie war denn das nochmal, ich kann doch, äh, wie komme ich nochmal in dieses, äh, Ding ins Menü hier, muss ich gerade mal gucken, bei Far Cry 5 war ja dieses, ähm, Personenmenü, wie, oder wie hieß das nochmal, wo ich die Leute, äh, ordern konnte, beziehungsweise anheuern konnte, und dann, äh, auch wieder abheuern, oder heißt das überhaupt so, keine Ahnung, ist auch egal, Hm, okay, ich hab hier noch gar nichts, außer, man, warum rutscht denn hier wieder nach unten, okay, finde Hoffnung, okay, das, das machen wir, gerade, okay, dann, äh, oh, so viele Okayes, Entschuldigung dafür, ich geh nochmal da hinten, ein bisschen Gerümpel sammeln, so, Komponenten, auch genannt, da unten ist noch ein Blümchen, ich weiß gar nicht, warum ich die alle sammle, ähm, vielleicht müssen wir das auch gar nicht, Ich mach's trotzdem, klau den Kolibris natürlich wieder die Blüten weg, nicht so schön, aber, vielleicht notwendig, da lang würde ich auch, oh, sieht auch geil aus, da hinten, ah, das ist so schön hier, also, den Umständen entsprechen natürlich, ähm, wir müssen aber da lang, leider, erst mal, das tu ich mal, und, äh, ja, wir werden sehen, Ja, wie kann ich denn hier irgendjemanden da, kann ich, könnte ich jetzt hier Madame G und H, das sind doch die beiden Tasten, mit denen ich die, äh, Leute steuern kann, oder? Äh, äh, wo kommt das her, ich versuch grad, die Musik zu orten, kommt sie mit, wo ist sie denn, da hinten, okay, jetzt bin ich gespannt, ob sie auch hier runter, ja, das macht sie, sie rennt nicht zurück und sucht sich den einfacheren Weg, sondern, ja, okay, Was ich mich immer wieder frage, wenn ich hier so lang streife, wie eventuell schon mal waren, also in, in Far Cry 5, sozusagen, 17 Jahre zuvor, wo kommt das her? War ich hier in die Brücke, ja, das, äh, irgendwie hab ich das Gefühl, Äh, was, was hat sie, ich hab grad, in dem Moment, nicht hingehört, Äh, Eieiei, da oben stand ja, auf jeden Fall, einer, den haben wir ja von unten, schon gesehen, war, glaub ich, sogar ein Sniper, wenn mich nicht, alles täuscht, äh, kann, aber, ich schade, dass ich kein Fernglas hab, Das ist so... Da hinten blinkt auf jeden Fall was. Den Knüppel brauchen wir nicht. Alter, was ist das da vorne? Scheint eine Base zu sein von den Highwaymen. Okay. Hier könnten wir uns... Aha, ich komme irgendwie da hoch anscheinend. Warte mal. Können wir da hochkrabbeln? Ja, kann ich. Wunderbar. Äh, uch. Irgendwie hat mich da gerade einer im Visier. Ich kann nicht einfach so hochkrabbeln. Und ich sehe die Leute hier nicht. Es ist so bunt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Personen hier nicht mehr rausstechen. Da ist doch was. Und irgendwo ist da auch einer. Ich erkenne hier nichts. Warum erkenne ich hier nichts? Ich brauche ein Fernblas. Nee. Das war nicht. Ich wollte mich jetzt das Seil runterhangeln, aber irgendwie... Nein. Ähm. Ich... Wo ist denn dieser Heini? Das gibt es doch gar nicht. Warum sehe ich hier nichts? Bin ich blind? Ja. Cool. Da, jetzt sind die markiert. Irgendwie kloppen die sich da. Kloppen sich gegenseitig. Der wird gar nicht markiert. Da, der linke. Doch, jetzt. Ähm. Ich könnte... Ich könnte ja mal probieren, ob ich fei... Heißt die fei? Ich weiß... Mann, ist ja gut. Ich weiß, dass ich voll bin. Was ist denn mit dem? Habe ich überhaupt eine Pistole? Habe ich nicht. Kann ich nehmen. Haha. Bisschen verrostet das Ding, aber egal. Ich nehme mal erstmal die Pistole, weil... Oder? Hm. Ich würde gerne mal was probieren. Von hier aus. Einfach nur mal zum Testen. Mal sehen, was passiert. Hm. Oder kann ich jetzt... Ne. Ne. Das glaube ich nicht. Das hat funktioniert. Haha. Wie geil. Wie geil. Was ist das denn? Ja, der Open Shit. Hm. Huch, meine Stimme. Alter, wie geil. Oh, die haben aber was gepeilt da unten. Äh. Haben die mich schon geordert? Ich glaube nicht, oder? Alter, wie geil ist das denn? Wum. Alter, was? Gleich... Hä? Das ist ein bisschen unlogisch, oder? Wie geht denn das? Ich meine... Schön für mich, aber irgendwie... Hier ist doch irgendwo einer. Hier hinter. Huck doch. Da. Ah. Das... Doch. Äh. Äh. Ich frage mich. Ich sollte mich weniger fragen, warum das so funktioniert. Es funktioniert, und das ist gut so. Huch. Das... Huch. Wo ging das denn hin? What? What sehe ich da? Wumsele. Da oben ist auch noch einer. Mann, wie viel... Ah, ich habe nicht so viel davon. Ich muss aufpassen. Vielleicht... Das Ding kam zurück. Kann ich mich eigentlich selbst verletzen damit? Ich meine, ich möchte es natürlich nicht, aber... Äh? Wut, wut. Jetzt muss ich aufpassen. Ich muss ein bisschen haushalten mit dem Ding hier. Weil den treffe ich anscheinend nicht. Und jetzt möchte ich gern mal... Kein Verbündeter... Wieso? Ich habe doch... Ich habe doch Madame bei. Warum? Nein. Nein, 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 nein. Oh. So. Aha. So, das scheint jetzt mal... Wie geil ist das Ding denn, ey? Meine Fresse. Ho, 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 ho. Das ist... Nein. Äh, was? Es sind da hauptsächlich Frauen hier, oder? Alter, wir gehen... Ich... Ich möchte gern wissen, wie das funktioniert. Warum der zweite Gegner rechts weiter... Auch... Ausgeschaltet wird. Alter, wie viele sind denn hier? Ach, Freundchen, da. Nimm dies. Warum kann ich sie denn da nicht hinschicken? Kein Verbündeter zugewiegen... Moment. Moment. Ich muss mich grad mal in Sicherheit werfen. Moment. Oh, okay. Das geht grad nicht. Ich wollte grad mal ins Menü. Nein, nein, nein. Ich geh mal kurz zurück. Alter, was haben die denn hier? Nö, nö, nö. Äh. Kann ich da einfach so reinsemmeln, ohne dass ich jetzt ziele? Bumszala. Das hat funktioniert. Aber ich hab nicht mehr so viel. Ich würd gern mal auf die Pistole zurückgreifen, weil... Braucht noch ein bisschen Muni. Vielleicht für später. Genau. Also hier. Komm her. So. Versteck mich doch gar nicht. Du siehst mich doch. Also hab ich mich nicht versteckt. Leck mich. Ich lade nach. Du siehst du nicht in die Hose. Leck mich. Ich lade nach. Oh nee, das hab ich verstanden. Ja, das hab ich falsch verstanden, glaub ich. Segelblatt, Segelblatt, Segelblatt. Das ist wunderbar. So. Ach, ich will die auch gar nicht. Warum muss ich doch gar nicht? Du ist doch. Funktioniert doch auch so. Oh, oh, Sniper. Du sagst es. Nein, nein. Bleib ruhig da. Bleib ruhig da. Hä? Oh, sehr gut. Faye. Oder wie sie heißt. Ich weiß nicht. Weißt du, Faye? Sag mir doch mal deinen Namen, bitte. Sag mir doch mal deinen Namen. Hä? Geh nach Hause? Ich hab wieder nur... Ey, hier liegt so viel rum. Also an Loot ich jetzt hier, weil... Ja, wie geil. Und Segelblatt kann ich wieder aufnehmen. Die bleiben anscheinend stecken, die Dinger. Also, jedenfalls scheint es so. Hier lag da auch noch einer, oder? Wo ging... Wo waren da? Ach, das ist auch noch ein Seil. Guck mal. Könnte man da hinten rüber rutschen, aber... Ja, dadurch, dass natürlich jetzt die Vegetation hier sehr am Sprießen ist. Am Herumvegetieren. Ha, ha, ha. Ähm. Sehe ich die Hainis wahrscheinlich nicht so wirklich, wenn die hier rumliegen. Was ich... Ist das hier? Guck mal. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Kollision ausgeschaltet ist. Bei den Pflanzen zum Beispiel. Da hätte man noch ein bisschen... Ja, hätte ich mir gewünscht, dass das... Äh... Aktiviert sein würde. Aber man kann nicht alles haben. Ist okay. Ist okay. Hä? Nein! Echt jetzt? Ein Sniper? Äh... Tauschen? Warum? Ich möchte nicht tauschen. Ich möchte das... Ich probiere das Ding mal. Warte mal. Äh... Bill... Steig das Scheißteil weg! Mann, ich ziele doch nicht auf dich. Alter, ist das laut. Ja klar. Da vorne eine Taschenlampe drauf. Oder ist das... Ach nee, da ist das Scope. Aber aus der Taschenlampe gebastelt, oder? Kein... Ah, ich wollte mir das Ding mal gerne angucken. Warte mal. Inventary. Äh... Huch. Ähm... Moment mal. Ich muss mal... Da ich gerade hier drin bin, äh... Würde ich gerne mal gucken... Ich... Das geht gar nicht, oder? Kann ich dann die Leute hier zuweisen? Da muss ich mich mal im Aufschlau machen. Ist... Irgendwie war das einfacher, bei... Bei Q ging das nicht. Nee. Da ist ein bisschen geändert worden. Äh... Ja, und mit den Waffen ist echt blöd. Warum kann er sich das Ding nicht hinten auf den Rücken schnallen? Und ich kann hier die... Äh... Wo ist denn eigentlich meine... Hier. Das möchte ich wieder haben, das Ding. So. Erstmal, weil das Sniper-Teil hier extrem laut ist. Und, äh... Ja, ich... Mag's dann doch eher, mit dem Ding hier rumzuballern. Also, die Farben... Sind schon fett hier. Also, das sind... Huhu. Bekommt man fast... Oh, Würfel scheint es wieder zu geben. Hab ich gerade gehört. Äh... Ja, die Farben, die sind hier... Sehr geil. Wahrscheinlich durch die beiden Schwestern... Äh... Beeinflusst worden. Hier die... Ähm... Was ich mir gerade... Denke ist, dass ich eventuell... Pech habe... Wenn ich das Video hochlade. Nicht, dass das geclaimt wird. Mucke-mäßig hier. Das wäre natürlich doof. Äh... Naja, mal sehen. Ich lasse mich da überraschen. Das ist geil. Irgendwie ist das... Das gefällt mir hier. Oh weia, ey. Es gibt so viel zu sehen hier. Äh... Ach, der ist da drin, der Wolf. Okay. Hallo. Ja, den lasse ich mal lieber da drin. Okay. Nehmen. Juhu. Ach, voll. Okay. Wie viel kann ich mitnehmen? 15 immer nur. Okay. Nicht so optimal. Hier kann ich auch basteln. Ne, hier kann ich nicht basteln. Ja, ich möchte mich überall umgucken hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst hingehen soll hier. Das ist so... Okay, ich muss da rein, logischerweise. Aber... Ich möchte trotzdem ein wenig... Ein wenig forschen hier. Das ist voll. Ist das eigentlich immer nur ein Sägeblatt, wenn ich das nehmen könnte jetzt hier? Oder... Weiß ich nicht. Okay. Kann ich hier... Okay, runter. Äh... Ah, okay. Leider. Ich dachte schon... Das hätte einen Fallschaden gegeben. Hier muss ich auch nochmal hoch. Geht nicht. Hm. Manchmal krabbelt er überall hoch. Dann mal wieder nicht. Das ist ja nicht so schön, aber... Okay. Ich hoffe, wir kriegen hier keinen Besuch. Scheint aber nicht so, hier. Ist alles ruhig. Ah, hier. Wie geil. Aber leider nur die Karosserie. Sonst nix weiter. Hm. Alter Schulbus. Glaube ich. Oder... Warte mal. Äh... Ich wollte eigentlich da rein. Nein, nein. Na, Mann. Da. Aber hier ist nichts weiter. Nö. Da hinten muss ich hin. Okay, gehe ich gleich. Uh. Okay. Alter Eisenbahn-Tunnel hier. So. Na dann. Erfolg freigeschaltet. Die Bedeutung von Prosperity. Die Bedeutung von Prosperity. Mein Zuhause. Ich hoffe, Mom geht es gut.